Humanistische Grüße und ein wunderschönes Hallo an alle Menschen, die vielleicht studieren oder studieren wollen oder Bock haben auf wissenschaftliches Arbeiten. Hier ein weiteres kleines Video zu dem Thema, in dem Fall einer Methode oder einer Methodik der Umfrage und so ein paar rudimentäre Tipps und vielleicht auch eine Herangehensweise, wie man eine Umfrage gestaltet, was das bedeutet, was man machen sollte, was man nicht machen sollte. Wir hatten ja schon mal im Vorfeld, deshalb dazu die beiden Videos in der Infobox, über Grundlagen wissenschaftliches Arbeiten und Schreiben gesprochen und ebenso über das Thema häufige Fehler oder aus meiner Sicht natürlich häufige Fehler beim wissenschaftlichen Arbeiten und Schreiben. Und heute also eine kleine Methode, die ich euch kurz vorstellen möchte und zwar die Umfrage oder die Befragung oder die Erhebung als Methode, als Instrument, als Tool für eure wissenschaftliche Arbeit. Und die Übersicht, wenn ihr die anderen Videos geschaut habt, kennt ihr ja schon in gewisser Weise. Da ging es ja erstmal so ganz grob darum, wie kann ein Forschungsprozess aussehen? Also ich habe immer das Thema oder die gesellschaftliche Herausforderung oder das Ereignis, in dem Fall das Thema Kinderarmut hatte ich gewählt. Dann komme ich von diesem Thema zu einer gewissen Eingrenzung, zu einer gewissen, ja zu dem Untersuchungs-, zu dem Forschungsgegenstand, den ich näher definieren muss, den ich eingrenzen, den ich abgrenzen muss, wo ich schon mal so eine konkret oder nicht konkret eine etwas grobere Thematik sich ableitet. Also in dem Fall Kinderarmut in Deutschland, in NRW, in Bochum oder vergleicht zwischen verschiedenen Schichten. Aus diesen Überlegungen heraus natürlich auch eine gewisse Theorie anhand von Vorüberlegungen und Literatur. Also was hat zum Beispiel der Bildungsstatus der Eltern oder diese Sozialisation der Eltern, könnte man auch sagen, mit Kinderarmut zu tun? Daraus wiederum abgeleitet, gewisse Hypothesen und Annahmen, Kinder, deren Eltern über keinen Berufsabschluss oder Bildungsabschluss verfügen, eben häufiger Annahmen. Und das wäre natürlich nochmal genauer zu definieren, aber als eine These oder Annahme, dazu könnt ihr euch noch ganz, ganz viele andere Thesen und Annahmen überlegen. Und daraus dann abgeleitet die Frage der, wie überprüfe ich denn meine These, also wie stelle ich fest, ob die Aussage wahr oder nicht falsch ist? Das waren ja die beiden Herangehensweisen mit im Falle der Verifikation oder Falsifikation. Und in dem Fall natürlich überlege ich mir, welches Tool, welches Instrument der in dem Fall empirischen Sozialforschung wähle ich, um den Untersuchungsgegenstand zu erforschen und meine Hypothesen und Annahmen zu überprüfen. Und am Ende natürlich dann Durchführung, Gestaltung der Arbeit, Arbeitsprozess und Darstellung der Ergebnisse, aber das nur am Rande. Und deshalb heute die Umfrage. Ja, die Umfrage oder Befragung als Methode zählt natürlich als ein Instrument, als ein methodisches Instrument der Wissenschaft, in dem Fall der Sozialwissenschaften, aber auch in den Bildungswissenschaften wird das gemacht, in der Psychologie oder Wirtschaftswissenschaften. Umfrage, die Befragung als ein methodisches Instrument einer strukturierten, ja, das ist dann immer die Frage, wie sehr strukturiert, also man kann eine Befragung mehr offener gestalten oder sehr viel geschlossener gestalten, aber im Prinzip ist es eine strukturierte Erhebung von Wissen, von Daten, von Meinungen, von Fakten, von Einstellungen, von Werten, von Normen, die im Rahmen der empirischen Sozialforschung und empirisch-sozialwissenschaftlichen Thesen halt genutzt wird, um diese Thesen zu überprüfen. In der Regel richtet sich eine Umfrage auch immer an eine Anzahl, an eine gewisse Anzahl von Personen, an einen bestimmten Personenkreis, eine bestimmte Personengruppe. Sie ist in der Regel auch zeitlich begrenzt oder auch räumlich begrenzt. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich zum Beispiel den Bildungsgrad der Eltern in einem, ja, einkommensstarken Stadtteil erfrage, erforsche, oder in einem einkommensschwachen Stadtteil. Und die Umfrage, ja, die soll halt genutzt werden, um genau diese empirischen Daten, also diese Einstellungen, diese Werte, diese Normen, diese aber auch messbaren Sachen zu erheben, soll die genutzt werden, um euch eine Datengrundlage zu liefern, eine Hilfe zu liefern, um halt bestimmte Thesen wie eben Bildungsstatus Eltern, Kinderarmut, ein Stück weit zu untersuchen und beantworten zu können. Also es sind dann halt ausgewählte, dokumentierte Informationen über eine bestimmte Zielgruppe, über einen bestimmten sozialen Raum, über eine bestimmte Zeit, um halt ein Stück weit eine Aussage über die, ja, Erfahrungswirklichkeit, über den Ist-Zustand zu dem jeweiligen Zeitpunkt zu treffen. Ja, die Arten und Formen von Umfragen können natürlich unterschiedlich sein, aber in der Regel unterscheidet man zwischen zwei verschiedenen Sachen. Das sind einmal die qualitativen und die quantitativen Umfragen. Also bei qualitativ, das geht viel, viel mehr ins Detail. Da wird viel, viel mehr eine Art Inhaltsanalyse auch gemacht. Es wird viel, viel mehr auf Details eingegangen und viel, viel mehr, ja, auch versucht, in die Tiefe zu gehen. Und bei einer quantitativen Befragung oder quantitativen Umfrage geht es viel, viel mehr um Daten, Zahlen und Fakten, die man messen kann und dann natürlich auch in Verbindung setzt mit anderen Zahlen, Daten und Fakten. Aber es ist ebenfalls eine Kombination aus beiden möglich. Nicht das eine geht nicht ohne das andere. Es ist immer, es kommt immer darauf an, wie gestaltet ihr euren Forschungsprozess. Und der kann natürlich verschiedene Elemente enthalten, sowohl quantitative und qualitative Umfragen an sich, aber auch noch ganz andere Instrumente der empirischen Sozialforschung. Und das kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, wie groß ist euer, euer ganzes Forschungsdesign, wie groß ist eure Arbeit, euer Untersuchungsgegenstand, eure Fragestellung, die ihr euch widmen wollt. Bei der Umfrage in der Regel kann diese dann online geschehen, also auf dem digitalen Weg oder per E-Mail, per Telefon, persönlich oder per Post. Alles hat je nach Zielgruppe, vielleicht auch je nach Thema, Vor- und Nachteile, die Gestaltung der Umfrage beziehungsweise der Befragung spielt eine Rolle. Also es ist ja ein Unterschied in der Gestaltung des Fragebogens, wenn ihr mit Menschen zu tun habt, die einen sehr hohen Bildungsgrad habt und im Vergleich zu Menschen, die einen sehr niedrigen Bildungsgrad habt. Dann würdet ihr vielleicht viel, viel mehr mit einfacher Sprache arbeiten, als bei zum Beispiel Akademikern, die ihr befragt. Ebenso gibt es die qualitative Forschung, hatte ich ja eben schon ein bisschen gesagt, im Sinne von individuelle Antworten, wo es vielmehr um die, ja auch eine gewisse Wahrnehmung geht, zum Beispiel zu dem Thema Armut. Das kann ja ganz unterschiedlich sein. Also Menschen können ja rein faktisch arm sein oder an der Grenze sein, aber trotzdem überhaupt nicht das Empfinden haben, wirklich das zu verspüren, dass sie arm sind. Und das könntet ihr, wenn ihr eine quantitative Befragung macht, im Sinne von, haben sie im Monat ein Einkommen von mehr als 1000 Euro, jetzt rein fiktiv, und wenn die dann Nein sagen, dann wären die praktisch arm, aber ihr würdet vielleicht gar nicht wissen, dass die sich gar nicht als arm empfinden. Das könntet ihr dann eher herausfinden mit einer qualitativen Umfrage, wo es viel, viel mehr in die Tiefe geht, ja, der Personen und die Details der Personen herauszufinden. Also qualitativ, quantitativ, quantitativ dann eher Zahlen, Daten, Alter, Einkommen, Bildungsgrad etc. pp. Und das Ganze natürlich mal mehr und mal weniger standardisiert, um natürlich auch wieder eine gewisse Vergleichbarkeit zu haben. Vielleicht wollt ihr ja bestimmte Regionen auch vergleichen und dann müsst ihr natürlich auch einen Fragebogen so standardisieren, dass ihr den auch auf verschiedene Bereiche, vielleicht auch verschiedene Zielgruppen anwenden könnt. Egal, für welche Form ihr euch in eurer wissenschaftlichen Arbeit entscheidet, dient eine Umfrage immer dazu, etwas herauszufinden, eine Auskunft über vielleicht Personen zu treffen, Institutionen. Ihr kennt das vielleicht aus der Politik oder bei der Wahlbeobachtung, also politische Tendenzen, Einstellungen von Menschen zu einem bestimmten Zeitpunkt, vielleicht auch eine gewisse Glaubwürdigkeit oder Beliebtheit bei politischen Personen, eine Beurteilung von gewissen Entscheidungen und ganz, ganz viel geht es dabei natürlich auch um eine subjektive Wahrnehmung. Allgemeine, aber auch aktuelle gesellschaftliche Einstellungen, Werte, Normen, Tendenzen und verschiedene Themen. Da wird das ganz, ganz oft angewendet. Und konkrete Beispiele sind da natürlich der ARD-Deutschland-Trend, also eine Art Wahlbarometer, wo das immer zu verschiedenen Zeitpunkten auch gemacht wird, um zu sehen, okay, welche Tendenz entwickelt sich denn bei einer bestimmten Partei, bei bestimmten Umfragewerten oder auch bei der Beliebtheit von Politikern. Oder es gibt zum Beispiel auch noch das sozioökonomische Panel. Das ist eine ganz, ganz große, ja, eine langfristige Befragung zu verschiedenen, ganz, ganz vielen Aspekten, das Mitte der 80er durchgeführt wird und ganz, ganz viel befragt zu Haushalten, Haushaltseinkommen, Bildungsgrad, Gesundheit, Wohnverhältnisse etc. pp. Also das sind, das ist eine sehr, sehr große, ein sehr, sehr großes Survey einfach. Und ja, die Umfrage sollte an sich immer, also ihr solltet darüber nachdenken, ist die Umfrage sachlich, zeitlich und räumlich gut abgegrenzt oder eingegrenzt? Das spielt immer nochmal eine Rolle, weil ihr wollt das schon ein bisschen von so einer abstrakten Ebene natürlich runterbringen, wenn wir jetzt wieder Kinderarmut nehmen, abstraktes Gebilde, Kinderarmut runterbrechen und wirklich versuchen, das einzugrenzen, abzugrenzen, nicht nur in der Thematik an sich und den Raum, sondern auch in der Sache an sich und natürlich auch zu einem bestimmten Zeitpunkt und ja, auch eine räumliche Abgrenzung zu machen. Und als Beispiel habe ich hier genommen eine gewisse, ja, vielleicht Vergleichbarkeit von Kinderarmut Ruhrgebiet München 2021. Und dann fällt euch direkt ein, okay, Ruhrgebiet ist vielleicht tendenziell eine ärmere Region, als wenn man jetzt zum Beispiel München Innenstadt nehmt. Also ihr hättet einmal natürlich eine räumliche Abgrenzung, ihr hättet eine zeitliche Komponente und dann eine sachliche Abgrenzung, wäre so ein Stück weit dann noch, ja, was genau wollt ihr denn, wie genau soll denn dieser Vergleich aussehen? Ist das so ein subjektiver Vergleich zwischen Kinderarmut oder ist das ein sehr objektiver Vergleich zwischen wie viel, ja, wie viele Menschen fallen denn unter die Definition von Kinderarmut in Deutschland 2021? Ja, wenn ihr euch so ein bisschen überlegt habt, was ihr genau machen wollt, wie also euer Forschungskonstrukt aussieht oder euer Forschungsgegenstand, dann ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, ja, wie sieht denn so ein Fragebogen aus? Was muss ich denn da vielleicht beachten? Wie erstelle ich das denn und was ist denn vielleicht wichtig dabei? Also neben der Art und Weise und die Zielgruppe, also der Art und Weise, macht ihr das online, offline, face-to-face oder halt nicht? Und mit wem macht ihr das? Welche Zielgruppe, Bildungsniveau der Zielgruppe etc. spielt natürlich auch noch wirklich die rein faktische Gestaltung des Fragebogens oder der Umfrage eine Rolle? Habt ihr eine gute Einleitung? Wie sieht der Hauptteil aus? Habt ihr einen Schlussteil? Also wie bei einer ganz normalen wissenschaftlichen Arbeit einfach. Also eine Herleitung der Befragung, dann der Hauptteil im Sinne von was kommt da alles rein, welche Kategorien wollt ihr alle abfragen und ein gewisser Schlussteil, wo dann auch nochmal bestimmte Sachen abgefragt. Also worum geht es in der Befragung? Was ist das Ziel der Befragung? Ist vielleicht wichtig in so einer Umfrage, wenn ihr diesen Fragebogen erstellt. Und was ist vielleicht auch der Anreiz? Das ist ja vielleicht für manche Menschen entscheidend, dass sie schon, bevor die irgendwie eine Umfrage mitmachen, schon irgendwie wissen, was steckt denn vielleicht dahinter? Was ist denn euer Beweggrund? Was ist eure Motivation? Das kann schon ein Stück weit helfen, dass die Leute vielleicht die Umfrage auch nicht nur beantworten, sondern auch sehr solide beantworten und wirklich darüber nachdenken, was ihr denn da für Fragen gestellt habt. Weiterhin spielt natürlich die Aufteilung und die Anordnung der Themenblöcke eine Rolle. Also wenn ihr im Hauptteil zum Beispiel Bildungsstatus der Eltern erfragt, dann macht ihr das nicht einmal oben und dann nochmal unten, sondern ihr fragt das immer gebündelt ab. Also ihr macht euch, überlegt euch, wie strukturiere ich meinen Fragebogen so, dass es einfach Sinn ergibt. Ebenso könnt ihr natürlich noch Hinweistexte mit reinnehmen, zum Beispiel mehrfach antworten oder einfach, gerade wenn ihr den Fragebogen online macht oder die Umfrage, technische Hinweise, dass ihr zum Beispiel gar nicht, dass ihr einen technischen Hinweis bekommt, dass ihr nochmal irgendeine Frage beantwortet müsst, die irgendwie übersprungen wurde von dem, der sie halt beantwortet. Wichtig ist, dass die Fragen möglichst präzise sind, möglichst einfach und konkret formuliert, sodass sie jeder verstehen kann, dass das nicht zu lange zu geschachtelte Sachen sind. Den Fragebogen möglichst kurz fassen, weil ihr wisst es auch, je länger Umfragen, je länger Fragebögen dauern, umso eher gibt es so eine Tendenz von Menschen, das zeigen auch Umfragen dazu, dass sie dann eher den Fragebogen nicht beantworten, also das flacht so nach hinten raus ab, je länger das dauert. Und ebenso, hatte ich ja eben schon gesagt, verständliche Struktur des Fragebogens mit Einleitung, Hauptteil, Schluss. Manchmal ist es auch hilfreich, wenn die Leute so ein bisschen so einen Status sehen, so eine Art Progress, wie weit ist der jetzt schon? Und dann können natürlich auch noch Definitionen und Erklärungen helfen, zu bestimmt, ja, in einer Art Infobox vielleicht, wo ihr vielleicht darüber aufklärt, was bedeutet denn Kinderarmut 2021, wo ist denn die Schwelle, was ist absolute Armut, was ist relative Armut? Also ihr gebt dem Leser, ihr gebt der Leserin einfach nur eine kleine Hilfestellung, um den Fragebogen, um die Umfrage so gut wie möglich zu beantworten, denn je besser die Leute, die ihr euren Fragebogen beantwortet, umso solider sind eure Ergebnisse. So oder so haben alle Instrumente natürlich, also sowohl Befragung, Experteninterview, Textanalysen, Vergleiche, alle Instrumente im Bereich der empirischen Sozialforschung immer Vor- und Nachteile und so natürlich auch die Umfrage und die Befragung. Vorteile wären in dem Fall, ist natürlich sehr effektiv und effizient, gerade wenn ihr heutzutage im digitalen Zeitalter, wenn ihr einen Online-Fragebogen habt oder wenn ihr die Möglichkeit habt, über einen E-Mail-Verteiler einfach ganz, ganz viele Menschen ganz schnell und einfach zu erreichen. Das ist natürlich auch sehr kostengünstig. Es gibt schon sehr viele Tools und Programme und Software, wo ihr einfach ganz einfach verschiedene Fragebögen erstellen könnt, gerade auch mit den verschiedenen Elementen bei Fragebögen. Offene Fragen, geschlossene Fragen, Ja-Nein-Fragen, Skalen-Fragen, verschiedene Abfragen von Kategorien, Einfach-Nennungen, Mehrfach-Nennungen. Das ist alles schon technisch sehr, sehr einfach möglich und auch man kommt sehr, sehr einfach daran. Also ihr könnt, Vorteil ist dann natürlich noch, ihr könnt relativ einfach viele Menschen erreichen und damit auch relativ einfach, je nach Fragebogen, viele Daten generieren. Ihr gelangt schnell an diese Daten. Ihr habt, wenn ihr einmal den Fragebogen habt, zu einer bestimmten Region, zu dem Thema Bleiben wir bei Kinderarmut, dann könnt ihr diesen fertigen Fragebogen, egal ob es jetzt erstmal ein beschlossener, ein qualitativer oder quantitativer Fragebogen ist oder eine Umfrage, den auch für eine andere Region wiederverwenden. Ist dann immer die, natürlich nochmal die Frage, okay, was ist der Unterschied zwischen den beiden Regionen und ist das immer eins zu eins übertragbar? Aber ihr könnt in der Regel relativ viele Elemente, wenn wir jetzt mal hier in Deutschland bleiben, von dem einen Sozialraum auf vielleicht einen anderen Sozialraum übertragen. Und ihr habt somit natürlich auch relativ einfach eine gute Vergleichbarkeit von euren Daten. Ein weiterer Pluspunkt ist in dem Fall die Anonymität, weil es kann natürlich Themen geben, zum Beispiel, bleiben wir bei Armut, dass die Leute da eher bereit sind, darüber Auskunft zu geben, wenn es vielleicht so eine anonymisierte Online-Befragung ist, als wenn ihr die persönlich trefft und die zu dem Thema befragt und die euch natürlich gar nicht kennen und da vielleicht sehr viel distanzierter sind. Der Nachteil kann natürlich wiederum sein, ihr seid erstmal auf die Kooperation und das Ausfüllen und Beantworten der Umfrage durch andere Menschen angewiesen. Und das kann natürlich auch dazu führen, je nach Thema, dass die Leute das einfach nur so schnell beantworten, weil sie schnell durch wollen oder nur teilweise beantworten. Also ihr habt Lücken in euren Datensätzen, dass die Leute aber auch unehrlich auf Fragen antworten, weil sie vielleicht irgendwie Angst haben, ja, zu einem bestimmten Thema überhaupt eine Aussage zu treffen. Also es gibt ja so eine gewisse soziale Erwünschtheit oder Menschen neigen ein Stück weit dazu, sich besser darzustellen, als sie vielleicht sind oder neigen dazu zu sagen, ja gut, ich rauche vielleicht zehn Zigaretten und dabei rauchen sie 15, weil halt es nicht so gern gesehen und ich möchte nicht, dass das herauskommt. Also das kann ein bisschen ein Nachteil sein, ebenso natürlich die eben genannte Gewissenhaftigkeit bei den Antworten ist natürlich was anderes, wenn die Leute vorm PC sitzen und das so selber beantworten, als wenn ihr zum Beispiel persönlich mit denen sprecht und dann nochmal vielleicht vorher mit denen auch darüber sprecht, warum ihr das macht, vielleicht sind die da auch eher bereit, gewissenhaftere Antworten zu geben, als wenn ihr das, ja, in nur so einer Online-Befragung macht. Vollständigkeit, aber Anonymität, ich hatte ja eben gesagt, kann ein Vorteil sein, kann aber auch wiederum ein Nachteil sein, gerade wenn es, ja, vielleicht auch bei sehr, sehr sensiblen Themen oder wo die Leute vielleicht auch eine sehr harte Position haben, dass die dann natürlich die Anonymität, gerade bei einer Online-Befragung, dazu führt, dass die vielleicht sehr extrem antworten und schon habt ihr eine Verzerrung drin oder bei irgendwelchen Umfragen, die jetzt sehr einfach zugänglich sind, anonym, einfach durch einen, durch einen Hyperlink, kann das natürlich auch oft genutzt werden, dass Leute ganz, ganz oft von verschiedenen PCs zum Beispiel eine Umfrage beantworten und somit das dann beeinflussen. An der Universität zum Beispiel, wo ich mir eine Masterarbeit geschrieben habe, da war es dann so, da haben die Personen per E-Mail den Fragebogen bekommen und es war quasi ein anonymisierter, individueller Hyperlink und das konnte dann, das hat dann dazu geführt, dass die wirklich nur das einmal beantworten können. Aber so oder so, Anonymität kann je nach Thema Vorteil und Nachteil sein. Ebenso Nachteil kann natürlich noch ein bisschen sein, was haben die Leute für eine, ja vielleicht auch für einen, für einen persönlichen Hintergrund, für eine persönliche Auffassung zu einem bestimmten Thema, wie interpretieren die aber auch gewisse Fragen, da sind wir so ein bisschen bei diesem Thema Pre-Test, also ihr solltet, wo ihr eine Umfrage, eine Befragung macht, euren Fragebogen auf jeden Fall mal ein paar Leuten geben, die da drüber gucken und ja, die fragen, hey ist das verständlich, macht das Sinn, so ist das logisch, könnt ihr den Fragebogen nachvollziehen, versteht ihr die Frage. Letztlich, Umfrage als eine Methode, vielleicht auch im Methodenmix mit anderen Methoden zusammen, aber wichtig für deine Forschung ist auf jeden Fall, passt diese Methode zu deiner Forschung, kann diese Methode dazu beitragen, dass du möglichst gut das erforscht, was du erforschen willst, dass du möglichst mit der Befragung deine Bachelorarbeit, die Fragestellung in deiner Bachelorarbeit, in deiner Masterarbeit beantworten kannst, also das ist auch immer so ein bisschen so ein Prozess, wo man nochmal abgleichen muss, bin ich denn wirklich noch am Thema, erfrage ich denn noch das, was ich, was ich fragen will, messe ich noch das, was ich messen will, also wie, ja einfach, wie sinnvoll ist mein Instrument zur Erforschung des jeweiligen Forschungsgebietes, in dem Fall könnt ihr euch auch immer orientieren, ich meine zum Beispiel Bildung und oder Kinderarmut gibt es ja schon ganz, ganz viele Umfragen, Befragungen und Forschungen, einfach orientieren daran und gucken, was haben vielleicht andere gemacht, wie haben andere eine gewisse Umfrage gestaltet und kann ich vielleicht auch gucken und Elemente davon nehmen, um meinen Forschungsprozess zu gestalten, das muss ja nicht eins zu eins sein, sondern ihr könnt ja ruhig gucken, was haben andere gemacht und was kann ich vielleicht verwenden. Wichtig weiterhin ist natürlich noch die Zielgruppe und die Stichprobe, also wo wollt ihr, nicht nur wo, sondern welche Menschen wollt ihr wie befragen, in dem Fall halt mit dem Instrument der Umfrage, was sich dann wieder unterteilt, zwischen qualitativ, quantitativ, dann wieder unterteilt in eine gewisse Strukturierung der Umfrage und auch in einer, ja, inhaltlich, im Sinne von, wie verständlich gestaltet ihr die Fragen für eine bestimmte Zielgruppe und dann natürlich auch die Frage der Stichprobe, also wie viele Menschen wollt ihr befragen, da gibt es auch immer bestimmte Gerichtwerte, also es macht ja keinen Sinn, wenn ihr irgendwie, jetzt nehmen wir mal wieder Ruhrgebiet, Kinderarmut und wenn ihr dann zehn Leute befragt, zehn Familien, irgendwie eine Umfrage, die an der Umfrage teilnehmen, dann ist das eine nicht so valide Umfrage, um eine Aussage darüber zu treffen, Bildungsstatus Eltern oder Bildungsgrad Eltern und lebt das Kind in Armut, also ihr braucht schon eine gewisse Anzahl von Menschen, die daran teilnehmen, um auch eine, eine, ein statistisch valides Ergebnis zu präsentieren, ein bisschen anders ist es dann, bei wirklich qualitativen Umfragen, wenn es wirklich, wie gesagt, sehr, sehr ins Detail geht. Aber so oder so, spielt immer wichtig für deine Forschung, ist die Aussagekraft deiner Daten, deiner Erhebung, deiner Forschung, die du mit dem Tool der Umfrage machst, für deine Arbeit an sich, also wie ist die Aussagekraft, ist die eher stark, ist der Zusammenhang vielleicht stark zwischen verschiedenen Faktoren oder halt eben nicht. Gestaltung der Umfrage, Fragebogen, hatte ich ein bisschen erwähnt, Strukturierung, Einfachheit, auf jeden Fall auch, ja, einen Pre-Test machen und auch nicht nur einer Person geben, sondern meiner Meinung nach kann man den Pre-Test schon möglichst zehn unterschiedlichen Personen geben, vielleicht auch die einen unterschiedlichen Hintergrund haben, die vielleicht nicht alle aus dem Akademikerhaushalt kommen oder nicht alle studieren, sondern wirklich auch Menschen geben, die irgendwie ganz normal vielleicht eine Ausbildung gemacht haben oder irgendwie am Arbeiten sind, um halt auch nochmal so einen verschiedenen, ja, einfach verschiedenen Impact zu bekommen von anderen Menschen, wie die eure Umfrage wahrnehmen. Also das ist so dieses ganze große Thema der Verständlichkeit und auch der Dauer der Beantwortung der Fragen, weil wie gesagt, hinten raus lacht das sehr, sehr ab und ihr wollt ja, wenn ihr eine Umfrage macht, dass so viele Menschen wie möglich diese Umfrage nicht nur beantworten, sondern auch so gut wie möglich beantworten. Also nicht nur die Anzahl ist entscheidend der Leute, die eure Umfrage beantworten, sondern auch die Qualität der Aussagen. Und das setzt natürlich voraus, dass die Menschen den Sinn dahinter sehen, dass sie eure Fragen verstehen, damit sie solide Antworten geben können. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dieses kleine rudimentäre Video zu dem Thema Umfrage. Wie gesagt, alle Quellen findet ihr in der Videobeschreibung. Das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil von diesen empirischen Methoden der Umfrage und Befragung. Schaut gerne mal drüber und die anderen Videos findet ihr, wie gesagt, in der Infobox und es wird bestimmt auch noch mal weitere Videos dazu geben. Gerne kritische, konstruktive Anmerkungen in die Kommentare und bis bald.